ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Leute, hier ist der HammerDG Schwarz Ich bin hier mit PC Gaming INGAME DIJUSU 0101 In Folder Darf ich jetzt hier mal weggehen? Warum kommst du da nicht weg? Weil ich da stehe Ach, ich muss Login machen Ah ja, das... Kann sein So Ich hätte jetzt ein Problem Oh, frage ich mich auch schon Ich bin einfach mal auf so einer riesigen Flatland-Sache Äh... Fail? Bist du... Du wirst bei mir auch nicht angezeigt, das ist doch da Ich bin drin Allerdings bin ich gerade in der Flatland Was für ein Fail bei dir? Wir müssen leider noch 67... Ja, den Spielprinzip hatte ich ja schon Leider immer noch nicht mit Robin Er will einfach nicht Nein, er hat im Moment keine Zeit Und ich weiß ja nicht, man hört es, ich hab ein neues Mikro Yeah! Ja, es ist übelst geil Es ist geil, es ist einfach nur geil Nur noch nicht ganz so eingestellt, dass... Ich denke mal, aber es geht so Warte mal kurz Jetzt geht er einfach während der Aufnahme weg, geht ja gar nicht Ich stell mal eben meine Sound-Slicer, damit sie nicht von euch gehört... Ja, ich werde da bin ich wieder So, ja Auf jeden Fall in 24 Sekunden geht's schon los Du Mirko, ich kann die Zahlen Ich frag mich immer noch, was ich hier auf dieser Flatland soll Ja, normalerweise solltest du ansonsten spawnen sollen, wo du rumjungst Ja, ich hab dich eben gesehen, allerdings hab ich mich dann eingeloggt und dann war ich weg Und es geht in 4 Sekunden los 3, 2, 1, 0 Wurdest du geportet? Ah nein, ich bin geportet worden Fliegst du jetzt nach unten? Ja Irgendwann kommen da diese Ener-Kristallen und dann immer schön versuchen die Dinger zu treffen Ich hab grad so einen Magic-Stick Ja, damit kannst du, das zeig dir nach Hause, damit kannst, dafür brauchst du... Ah! Nein! Ich hab' ein Heulschwert Ich hab' ne Fehler Ja, und wenn du drei verschiedene Items fasst, äh, andere, also Glaus und Feder, Redstone und was auch immer Und die dann in einem Braustand tust und dann den Magic, dann kriegst du irgendwie ne bestimmte Geheimwaffe Ich hab'n dir Schwert Ja, YOLO Und du hast es schon die 500 noch was lernt Ich hab' 40 hab' ich zur Zeit Ey, ich glaub du musst mich verzaubern, weil ich krieg' einfach keine Oh, 10 Level Oh, 20 Und 30, äh, 50 braucht für einen Klick Wie einfach mal mein ganzes Inventar vollgespammt wird Ist doch geil Schon mit dir, Ruzi und so? Ich hab'n Teil von der Kettenrüstung Und ein Diaschwert Ich hab' zwei Diaschwert Ich hab' zwei Diaschwert Ich hab' Oberhalb bin ich aus Dias und unterhalb bin ich aus Eisen Oh, Mirko So, jetzt müssen wir uns natürlich nur treffen Diaschwert Ich hab' drei Diaschwerter Ja? Wo bist du? Äh, ich bin hier Lass mal eben hier austauschen Ja? Möchtest du ein Diaschwert haben? Ja Ich hab' auch was für dich So, jetzt müssen wir verzaubern und der Zaubertisch ist da unten irgendwo Und wo Ich hab' 600, 610 Level Ja, komm mit Äh, der war jetzt Ich muss gleich Hier Ja, klar, ich hab' Hier ist er Wo? So Hast du mich verfolgt? Ja, da So, und wenn du jetzt einen Rechtsklick noch machst Mit der Du kannst das auch öfters machen Würde Ja, ich kann nicht mehr, weil ich nicht genug Aber jetzt Hast du? Stärke A1 und Endlichkeit, gut Ja, lass los Das ist gut Nein, wir haben nur 24 Äh, 20 Sekunden noch Zeit hier abzuhauen Ja, komm Komm mit Wir müssen jetzt zum Braunsch... Warte, warte, warte So Dann hab' ich jetzt zwei verzaubertes Schwert da Meinst du, weil du so Jodo viele Level hast? Ja, ich hab' jetzt noch 410 Level Ja, jetzt gehen wir mal ganz schnell zum Braunschirm Der ist hier hinten einer Ich weiß nicht, was mir der Braunschirm bringen soll Wenn du da jetzt drei verschiedene Items reinmachst und bekommst du so ein Bonus-Item Zum Beispiel sowas Ähm Darf ich den da umbringen? Ja, du musst jetzt alle umbringen Ja, hast du ihn gebracht oder bist du gestorben? Ich hab' ihn umgebracht Ich kann den Braunschirm allerdings nicht benutzen Du musst drei verschiedene Items haben Ja, ich hab' Glowstone, Magma-Creme und... Die machst du jetzt mit Rechtsklick rein Also nein, drei verschiedene Items, so wie Feder und sowas Also Schwert und so geht nicht leider Ich hab' Lava bekommen Ja, das ist ne Geheimwaffe, pass auf Jetzt, äh, hast du noch drei weitere? Geil, ich hab' noch mein Magma-Creme bekommen Hast du noch? Kannst du mir mal Magma-Creme geben? Ja, da Dann hab' ich nämlich noch ne dritte Zutat für noch eins Was? Ich hab' schon wieder drei Federn bekommen Oh, ich hab' auch einen Lava-Eimer Okay, lass los Warte Aus drei Federn bekommt man drei Federn Ja, man kann drei gleiche Items nicht Es müssen verschiedene sein Jetzt müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht Ja Dieser Stab schießt ne Feuerkugel und der macht Ja stimmt, alle Leute in der Umgebung brennen Wenn du nicht den rechtsklicken machst du dann mit an Ich hab' Lava Also, wir sind jetzt hier ganz gut in der Zeit und zwar Mein Schwert ist besser als mein Adierschwert als mein Eisenschwert Wir müssen aufpassen, dass hier keiner uns sieht oder so Lass uns einfach mal Jodo in die Stadt gehen Ich wollte mich grad schlafen legen Allerdings steht da Du kannst ne Nacht schlafen Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Spieler sind Wir sind aber noch Sieben Leute mit uns beiden Das heißt fünf Leute, die noch sterben müssen Voll damals übelst geil gerade Ja Weil ich einfach mal so übelst lack hatte mit den drei Dier-Schwertern Mann, jetzt bleib doch mal oben, Mann Was ist da los? Ja, wo wollen wir hin? Wollen wir einfach hier links laufen und so? Ja Egal, wenn jemand dich schlägt, ich hab' Rückschluss 2 auf dem Schwert Ja und ich hab' Lava Und ein Feuerball Wo ich auf den Schießen Wollen wir mal zum Zaubertisch gehen? Ja, ich möchte noch mein anderes Dier-Schwert verzaubern Komm mit Vielleicht hab' ich dann ja mehr Glück Hier ist einfach keiner Na doch, nehm dir! Zwei! Aua Aua Abrenne Aua Können raus Du hast mich umgegangen! Mann, mach Nackern! Nein! Junos! Du hast mich umgegangen Hab' ich gesehen Das ist wohl nicht die Spektakten Ja, dann lass die erst rein! Ähm, mit dem Magic-Stick kann ich den schon nicht Ja komm, wir machen doch mal Ja, wir springen gleich in der zweite Runde hinterher Bei so Rioro und so Ähm, ja, hau mich raus! Danke! Nett von dir Minecraft Wir sind hier auf EpicPVP.de Könnt ihr mal vorbeischauen Auch für die Crackhead-Spieler Ich dachte, wir wären auf MeinPVP Ja, MeinPVP und EPP Also die IP geht per EpicPVP.de oder MeinPVP.de Bist du wieder da? FD2 Geht doch gar nicht, das ist Ingame Okay Die sind Lobby, äh FD3 meine ich Ja schnell, wir haben 15 Sekunden Bin drin Ich auch, ich seh dich Heimelfer Jetzt hast du auch nicht diesen Fail Hast du immer noch die Level? Äh, ich hab die Zeit Null Hast du alle verbraucht? Nein, ich hab noch 395 Level Ja, du kannst die nämlich behalten und dann hast du die immer jede Runde wieder Bekommen man durch Töten auch Level? Nö Das wär lustig Doch, doch, hast recht Ein paar Level bekommen und dann Ich hab einfach mal erstes Holzschild schon wieder Hehehe Ich hab schon bloß du und dir schwert wieder Ich hab schon wieder zwei verschiedene Sachen für den Bräunen Ich hab auch wieder Brausachen Ich brauche aber drei verschiedene Scheiß Müll hier Ja bekommst du auch grad so viel mehr? Ich hab bis jetzt nur einen Stein schwert Das ist mein bestes Ich hab mich da schwert Echt? Oh, ein Eisenfrustponsor Die ziehen wir doch gleich mal Oh, jetzt hab ich wenigstens einen Trank Alter, ich muss mal mehr treffen hier Kommt ja nur Müll raus Ich hab jetzt 435 Level Pass auf, jetzt ist mein Invent fahrvoll Deswegen bekomm ich keine Sachen mehr Das hatte ich noch nicht Das wär mal übelst episch Yo, geil, ich kann einen Trank Ich hab ein Steinschwerter Wir spielen ja schon wieder auf dem Herd Wo bist du gelandet? Ich hab zwei Diaschwerter Ich weiß nicht mal wo du gelandet bist Ich bin hier bei diesem Haus Das war noch bei welchem Haus Ja auf dem, bei dem wir uns eben getroffen haben Komm, komm, hier, hier, über dir Über mir Komm mal mit rein Okay Ich hau mir die Tür vor deiner Nase zu Ich schätze du möchtest, dass wir ein Diaschwerter haben von mir? Ja, Hill, wir haben hier oben noch mal ein privater Zaubertisch Kannst du den erst verzaubern für mich, bevor du es mir gibst? Band 1, Nemesis der Gliederfüßer Ich hab wieder meine Kacke Beschärfe 1, Rückstoß 2, Band 2, Nemesis der Gliederfüßer Ich pack jetzt in diese Kiste mal Müll Einfach so jolohaft Hast du irgendwie noch nen Helm für mich? Hab ich hier in der Kiste gepackt Hier einfach in der Kiste geschmissen Müll Den Goldhelm Wollen wir diesen Dreck machen? Ja deswegen, wir müssen zum Brauen stammen Und da müssen wir leider weg, hier ist keiner Schade eigentlich Wir können aber... Hallo, kannst du mir mal helfen? Äh, vorbei? Nein! Nein! Wir treffen uns auf der anderen Seite Ja, wo du auswählst? Leute, ich komm mal aus dem Busch Ja, um die Machen Wie viele verschiedene Trenger sind? Äh, ich hab vier verschiedene Sachen Und auch irgendwas doppelt? Ja, Glosson habe ich viermal Kann ich ein? Ja, muss ich nur umdrehen Schnell, gib Gas Ich hab nen Apfel bekommen Das ist ne Geheim, was ich bin So, okay Ich hab jetzt nen... Ach, Raketen Äh, da kommt schon mein erster Gegner Nein, mich wirst du nicht besiegen Aua Auaah Ich seh gar nix Ich hab ihn ge... Du siehst du auch nix? Das ist ne Power, jetzt kannst du richtig schnell rennen Ja, ich hab nix mehr Keine Geheimwaffe Also, oh, wir sind... LOL Wir sind nur drei Leute Dann bringen wir der Melonenmann um Wer ist denn der Melonenmann? Wo ist denn Melonenmann? Ich hab Schärfe 1, Rückstoß 2, Band 2, Nemesis Glüderfüße Schärfe Rückstoß, okay Mein dir... Mein dir... Mein dir, ich werd es geiler verzaubert als deins Komm mit, Mann Das hab ich auf... Stärke 1 und Unendlichkeit Auf, auf in die Unendlichkeit, mein Freund Wir müssen ihn finden Kommt die Folge heute noch hoch? Ich bin... Zeitlich, scharf und ruhig Also, heute ist bei uns Mittwoch Heute war auch der Tag bei mir zumindest, wo ich die Zeugnisse bekommen hab Mh... Ich seh den nicht Warte, wie weit fliegst du, wenn ich dich einmal mit meinem Schwert schlage? Nein, 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 lass es Achter mal im Raum Wie heißt der Typ? Noch geiler geht also nicht zu verzaubern Ich hab ihn mal gefragt, ach mal gucken, ob er mir antwortet, aber... Äh, er hat... Achso, ne, ich dachte, er hätte dich gefragt Ich trinke hier weiter mein Kirschwasser Komm mit Nubi Nubi Er weiß nicht, wo er ist Wo wollen wir den suchen? Okay, komm, lass hingehen Ich hab nur noch 165 Level, egal, bei der nächsten Runde bekomm ich eh wieder tausend Erfahrungen dazu Bin in der Mitte Ja, komm mit Die Mitte ist da, wo der Zornetisch ist Ah Da ist er Oh Oh, der hat... Oh Ich bin total tot Du bist tot? Ja, fast Mit seiner Dings hat er mich nämlich richtig schaden gemacht Mit was, seiner Dings? Mit seiner Granate Was war dieser, das Ei, was er in der Hand hatte? Oh, alter Yolo, ja Ich hat er nicht getroffen Jetzt kommen wir, holen wir ihn Oh, scheiß, Alter Hast du nen Bogen? Ja Nein! Mach ihn fertig, komm, Junus Ich hab dich getroffen Ah, Junus, du bist so nah Wir killen uns am Ende Boah, schade, war das Zweiter, Junge, du warst Zweiter Noch, noch, noch Wollen wir noch ne Runde? Wollen wir noch eine Runde? Ja, komm, lass uns Yolo noch ne Runde Aber warte, du wirst ja automatisch geportet Lass uns ein Lobby 6 Ich wurde erst grade geportet Ich hab grad Dave gemacht, deswegen bin ich nicht so schnell da gewesen 6 Ja, gut Ich bin da Ja, es sind zwei Hacks Hacker Ach, da ist ein Ender Dragon Mirko Scheiß Ich hätte den Ender Dragon reiten können Ja Wenn du verstehst, was ich meine So hart wie deine Schwester mich geritten hat Nein, hat sie nicht Hat sie auch nicht Ich würde mit dir hier reiten Doch, deine Schwester, sie mag mich Wusstest du das nicht? Tut sie auch nicht Ich liebe dich, Mirko Ich dich aber nicht Doch, tust du Ich nicht Bitte nie bei mir spielen Nein Oh mein Gott, oh mein Gott, das geht runter, oh mein Gott Wir alle einfach mal an mir vorbeifliegen Ja, ich bin der Erste da runterfällt, anscheinend ich seh dich da oben Ich seh dich da unten Hallo Und voll rein Oh mein erstes Item Ich hab Diahose Ja genau, gleich hier Oh, zweimal Diahose Tierschwert Junge Er toppt uns alle Bam Glowstone, Goldhose Ah mein Mikro ist geil, weißt du das? So geil wie du Ah mein Mikro ist geil Ah, Arschloch Ich hab Diahelm bekommen Fick dich Ich krieg hier nur Müll Du mag mich mehr als dich Bestimmt schmeißt er sein ganzes Müll die ganze Zeit auf mich Genau Und stattdessen bekomm ich die Alters, die du bekommst Oh, ein Diahschwert Echt? Oh, das ist die erste Runde, wo ich dir nicht dein Diahschwert geben muss Ja, aber seitdem du mitspielst Oh, einen Bogen und einen Pfeil habe ich bekommen Oh, ein Diahelm Oh, ich hab schon drei Diahosen Oh, ich lande genau auf so ein Haus Ich lande genau auf dem Baum Und ich hab ne halbe Diahrüstung Mirko, ich seh dich Mirko, The Gamer The Gamer Schuhe anziehen Äh, ich hab nen Urknall bekommen Oh ja, ne Kohle oder was ist das? Äh, das ist so ein Schneeball Ja, der ist gut, der ist gut Kommst du mit? Ich muss verzaubern Ja, komm mit Du musst hier mit Folge me Folge me Wenn ich mir richtig rumlaufe Ich hoffe es einfach mal Ich hab mir jetzt zwei Tiererschwerter, wie jede Runde Hast du noch Level für mich? Ich hab nur noch 180 Kannst du mir nur einmal verzaubern Jo, warte Gib her Ey, du bist ja voll Diah fast Schärfe eins, Rückstoß eins Ich hab dann Ich hab Schärfe Ey, du bist ja voll Diah komplett Nee, Schuhe fehlen Ja, meine Schuhe fehlen Hast du noch Schuhe für mich? Ey, da ist einer Ich hab fast ne komplette Diahe Komm einfach mal so Ja, ich hab wieder so ein Mischmasch Ja, Asit Du Schuhe, Eisen Ich soll ich dir auch noch nen Kettenhelm geben Nein, die haben Ich denke, ich kann auch nen Lederhelm aufziehen Alter, du brauchst vier verschiedene Sachen Dann denkt alle, du wärst übelst nubig Ah, ich verzauber noch schnell meinen Boden Hast du überhaupt noch 50 Level? Ja, jetzt hab ich noch 20 Ah, jetzt kannst du auch nicht mehr Ja, also für nächste Runde wieder Da bekomm ich ja wieder von Das gibt auch ne Zeit, da bekommst du einfach mal keine Hä, wieso dat? Alter, schlag mich nicht, ich schlag dich auch Ich schlag dich aber nur mit der Hand Ich schlag dich mit der Hand Ey, ein Hex Ein Hex killt hier gerade die ganze Zeit Was ist das denn? Ich schlag dich mit dem Urknall Lass, lass, das solltest du nur in Notfällen Und ich bin kein Notfall Nein, du bist mein Schatz Alter, ich schwöre, wenn der Hektisch werd den Urknall einsetzen Da ist einer, da ist einer Da ist einer, da ist einer Da bist du, komm her Ja, hier Stärke 1, Unendlichkeit 1 Mach ich dir viel Schaden? Zu viel, nur 1,5 Wieviel mach ich dir mit dem Dia Schwert Schaden? Nein, lass es Wieviel mach ich dir mit dem Urknall Schaden? Ja, das Ding schießt mich in die Luft Und wenn du dann falsch landest Bist du tot? Wo bist du? Verfolgst du mich noch? Ja Ich seh die nicht Ui Hast du die gerade fast selber umgebracht? Da ist die Fifi, Mann Wow! Das ist dieser Heck Der hackt ja total Der hackt! Der fliegt doch! Der fliegt doch! Heck Ich bin jetzt draußen Habe Aufnahme Schick ich mir, äh, und das ist dann Ja gut, aber das war's auch Hier, komm vier, komm vier Nein, das war's jetzt Ja, aber ich möchte weiterzocken Ja, wir können auch irgendwann anders Aber auf jeden Fall erstmal Ciao von uns Ciao! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Wenn ihr mehr Videos mit dem Pädower